Willkommen zu OptiList, der modularen Archivierungslösung zur Ergänzung jeder kaufmännischen Software. Von der Datenarchivierung über den GOBD-Beschreibungsstandard bis hin zur sicheren Betriebsprüfung. OptiList ist die Lösung für Sie. Sie wollen Altsysteme abschalten, aber trotzdem weiter den Datenzugriff gewährleisten? Dann ist OptiList genau das richtige für Sie. Langfristige gesetzeskonforme Datenarchivierung oder Dokumentation aktueller Geschäftsvorgänge ist mit OptiList ein Kinderspiel. Das gilt sowohl im eigenen Haus als auch in der Cloud. Daten werden gut verpackt und verschlüsselt und das unter Einhaltung der DSGVO. Mit dem auswertbaren Datenarchiv OptiList können Sie abschalten und zwar jedes nicht mehr benötigte Produktivsystem. Welche Vorteile kann ein Datenarchiv mir bringen? Unsere multifunktionale Software kann besonders dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn die gesetzeskonforme Datenarchivierung gleichzeitig die Abschaltung vorhandener Altsysteme ermöglicht. Aber auch bei der Dokumentation aktueller Geschäftsvorgänge kann Ihnen das Tool eine unverzichtbare Hilfe sein. Sie benötigen Ihre Daten nach dem GUBD-Beschreibungsstandard? Die Software gewährleistet die Langzeitverfügbarkeit der archivierungspflichtigen Daten. Das Programm erfasst die steuerrelevanten Daten aus sämtlichen Produktivsystemen und überführt sie in ein eigenes, externes Archiv. Bestandteile des auswertbaren Datenarchivs sind ein Prüferarbeitsplatz und ein Export der Daten im GUBD-Beschreibungsstandard. Was bedeutet auswertbares Datenarchiv? Die Auswertungskomponente ist eine Datenanalyse-Software für spontane Auswertungen ohne spezielle IT- oder Programmierkenntnisse. Anwender führen individuelle Analysen sekundenschnell durch und reagieren auf neue Fragestellungen. Was bedeutet Dokumentation aller Geschäftsvorfälle? Sollen Altsysteme abgeschaltet werden, liegen häufig auch Dokumentationen in PDF, DOC, XLS, PPT und anderen Dateiformaten vor. Sofern der Server diese Dateiformate anzeigen kann, können diese Formate auch in der Datenbank abgelegt werden. Wenn Ressourcen im Unternehmen fehlen, übernehmen wir die gesamte Datenaufbereitung und Archivierung im Auftragsverfahren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Softwarelösungen. Finden Sie weitere Informationen auf www.hsp-software.de oder rufen Sie uns an. Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Software Innovation. Made in Germany.